Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Pflichtsieg geschafft. Im Aufsteiger-Duell gegen den TV Neuhausen hat GWD Minden am Mittwochabend einen Heimsieg eingefahren. Mit einem 28 zu 23 holten sich die Dankhasser die ersten zwei Punkte in der Handball-Bundesliga. Die guten Leistungen aus den beiden vorherigen Spielen konnte das Team von Ulf Scheffert jedoch zuerst nicht zeigen. Wann hattet ihr heute das Gefühl, dass ihr das Spiel auch tatsächlich nach Hause fahrt, dass die Punkte hier bleiben bei euch? Ich glaube so in der Mitte der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war ein bisschen Pech, haben die Chancen nicht genutzt, haben den Abpraller nicht geholt. Dadurch hatten Neuhausen dann zwei Tore Vorsprung zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen aggressiver, haben die Dinger reingemacht vorne und dann lief es auch. Ja, es ist sehr, sehr erleichternd. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen, haben uns auch selbst ein bisschen Druck gemacht, weil wir heute wussten, es muss unbedingt ein Sieg her und glücklicherweise haben wir das auch als gute Mannschaftsleistung heute vorbereiten können. Auch bei ihm schien der Knoten geplatzt. Rückraumriese Nenad Bebija traf nach seiner schlechten Leistung gegen Gummersbach gleich neun Mal. Den Rang lief ihm nur noch Jens Fortmann ab. Der Torwart zeigte eine überragende Leistung mit 20 Paraden und vier gehaltenen Elfmetern. Überragendes Spiel, noch einmal für die Torhüte. Jens hat super gespielt in Berlin, Andres hat auch sehr gut gespielt gegen Gummersbach. Hier muss man sagen, Jens hat eine überragende Leistung gemacht. Wir haben zwei gute Torhüte. Für mich ist das ein Luxusproblem, kann man sagen. Insgesamt natürlich, wenn man nach dem Spiel sagen kann, dass fünf, sieben Meter nicht den Weg ins Tor gefunden haben, dann kann man schon sehr froh sein. Solche Tage gibt es halt. Ich bin natürlich umso glücklicher, dass heute in so einem wichtigen Spiel dann so ein Tag gewesen ist.